Die Nürburgring-Nordschleife, die längste Rennstrecke der Welt. Eins der Top-Rennen, was man in seinem Leben einmal gefahren haben muss. Das 24-Stunden-Rennen ist für mich persönlich das härteste und auch schwierigste Rennen der Welt. Die größte Sportveranstaltung Deutschlands. Die Hütte ist brechend voll. Das wird eine ganz große Party. Die Ampel ist grün. Es geht los. Es geht rein in die grüne Hölle. Motorsport vom Allerfeindsten. Ich glaube, der wird sich jetzt entwickeln. In jeder Phase des Rennens geht es. Um jede Sekunde. Um jedes Detail. Und diese Bilder immer wieder faszinierend. Oh, da verliert er das Auto. Achtung, der nächste Einschlag. Mano, 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 man. Lecku mio. Ich zuck da immer zusammen. Also ich habe im Motorsport schon alles erlebt. Aber das habe ich ja noch nie erlebt. Und hier. Das sind die Bilder, auf die wir gewartet haben. Das ist der absolute Hammer. Also ganz im Ernst, die Fans auf der Nürburgrü-Nordschleife sind ganz, ganz, ganz besonders. 200 Blutdruck, würde ich sagen. Aber ansonsten geht es mir gut. Was für ein Moment hier in der Boxengasse. Alle liegen sich in den Armen. Es wird gefeiert. Jeder, der bis jetzt rausgekommen ist, war begeistert und spricht davon, was er hier Tolles bislang erlebt. Der Schirmraum Untertitelung des ZDF, 2020